Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell! Heute möchte ich euch meine super leckeren Parmesan Knoblauchcroutons vorstellen. Super als Garnitur für Salate, zum Beispiel Caesar Salat, aber auch für ganz viele Suppen. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch! Alles was wir für den leckeren Parmesan Knoblauchcroutons brauchen, habe ich schon mal bereitgestellt. Wir brauchen ein Baguette hier und das Baguette ist nicht von heute, das ist nicht ganz frisch, das ist schon ein bisschen weicher und das soll auch so sein, denn crunchy wird es nachher noch in der Pfanne, also ein ganz normales Baguette. Dann brauchen wir natürlich Parmesan Knoblauchcroutons und Parmesan. Wir brauchen natürlich Knoblauch, ich habe jetzt hier reichlich also vier große Zehen, das wird schon sehr nach Knoblauch schmecken, wem das zu viel ist, der nimmt nur die Hälfte, das reicht auch noch. Dann brauchen wir für die Parmesan Knoblauchcroutons ein bisschen Gewürze und das hier italienische Kräuter. Außerdem brauchen wir Olivenöl und wir brauchen ein bisschen Pfeffer und Salz und gleich nachher zum Anknuspern unserer Kroutons brauchen wir Butter. Genaue Angaben wie immer in der Infobox. Ja, haben wir alles einmal angesprochen und dann können wir loslegen. So, zunächst mal bereite ich das Brot vor und das schneide ich in Würfel. Die Würfel sollen nicht so klein sein, also ich möchte nicht so kleine Croutons, sondern richtig ordentliche. Und zu dem Zweck schneide ich jetzt das Brot erst mal längst und dann eben hier in Würfel in dieser Größe. Wie gesagt, die sollen also nicht so klein sein, sondern so, dass man auch wirklich ein bisschen was im Mund hat. Und nicht so diese Mikrowürfel, wenn man die kauft, die man dann so in der Packung hat. So, so sehen die aus. Von der Größe her also ruhig ein bisschen größer. Wenn ihr es nicht mögt, macht sie von mir aus kleiner. Aber die sollen auch ein bisschen Geschmack aufnehmen und sie sollen nachher nicht nur crunchy sein, sondern auch tatsächlich noch so ein bisschen Brot beinhalten. Deswegen nicht ganz so klein. Das ist meine Größe hier. So, das ist erstmal eine Brot-Coutons jetzt und jetzt weiter mit dem Knoblauch und dann können wir auch schon mischen. So, jetzt gebe ich das Olivenöl zum Knoblauch und auch schon die Kräuter. Wir werden das Ganze gleich in der Pfanne zusammen mit den Croutons anrösten. So, und jetzt gebe ich auch schon die Hälfte von dem Parmesan in die Mischung und mische das Ganze. Zweite Hälfte brauchen wir erst, wenn die Croutons fast fertig sind. So, und nun gebe ich das Ganze über die Croutons und mische die Croutons jetzt gut durch. Ihr seht, man braucht auch schon Olivenöl. Die Masse ist schon fast ein bisschen fest, aber ich würde sogar das nächste Mal noch ein bisschen mehr Olivenöl nehmen. Also jetzt müssen wir zusehen, dass die Croutons gut gemischt werden und eventuell gebe ich jetzt auch noch etwas Olivenöl gleich dazu, wenn mir das nicht reicht. Denn die Croutons müssen jetzt wirklich alle was von der Mischung abkriegen. Ruhig nochmal reichlich Olivenöl dazugeben, sodass die Croutons gut benetzt sind auch hinterher. Zwischendurch salze ich schon mal so ein bisschen und Pfeffer gebe ich auch schon drauf. Dann geht's weiter. So, und ihr seht, meine Croutons sind glaube ich jetzt schon gut durchgezogen. Das Olivenöl und die Knoblauchmasse mit dem Olivenöl, den Gewürzen, hat sich schon ganz gut verbunden. Ich lasse jetzt nochmal so fünf bis zehn Minuten stehen, damit das Olivenöl richtig einziehen kann in die Croutons. Und dann denke ich, geht's an die Pfanne. Und dann geben wir die Butter in die Pfanne und wie gesagt nicht so hoch erhitzen. Butter sowieso nicht, aber auch das Olivenöl später nicht. Denn die Butter soll natürlich nicht schwarz werden, auch nicht braun werden. Wir brauchen ja nicht nur so ein bisschen für den Geschmack, denn in den Croutons ist natürlich sowieso schon genug Öl drin. Also eine Diätportion ist das auch nicht, aber das war ja auch nicht die Aufgabe. So, und wenn so Butter geschmolzen ist, dann geben wir unsere Croutons dazu. Und braten die jetzt bei mittlerer Hitze schön kross ein bisschen, aber bitte nicht höher stellen, sonst verbrennt euch die Butter, sonst wird auch der Knoblauch bitter. Also schön Geduld, das wird schon. Ihr seht schon, hier fangen die Würfel jetzt schon an so langsam zu bräunen. Es wird schon, nur keine Eile. Es ist wie mit guten Bratkartoffeln jetzt, keine Frage des Können, sondern nur eine Frage der Geduld. So, ich habe meine Croutons jetzt aus der Pfanne genommen. Sie sind, ihr hört es vielleicht, wunderbar crispy geworden, wunderbar kross. Das reicht dir jetzt auch, bevor sie eben noch dunkler oder eventuell schwarz werden, aber wunderbar funktioniert. Und jetzt, wenn sie nicht mehr ganz heiß sind, mische ich den letzten Rest Parmesan nochmal unter. Und mische die Croutons dann, wenn sie so ein bisschen nochmal mit Parmesan bemehlt schmelzen nochmal so ein bisschen an. Das ergibt nochmal ein ganz wunderbares Aroma und richtig ist jetzt hier auch nochmal durch die Küche zieht. Wenn ihr schlauer seid als ich, dann nehmt ihr eine größere Schüssel, aber ansonsten klappt das schon ganz gut. Ja, und ihr seht hier meine selbstgemachten Croutons für Suppe, für Caesar Salad oder für andere Gelegenheiten. Hier haben ganz wunderbar funktioniert. Ja, ihr seht es also hier, sehr lecker, kross, schon der Geruch alleine ist sensationell, wirklich toll. Tja, ich würde sagen meine Parmesan Knoblauch Croutons haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.